Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Die Fans finden, Tanja Makaric, 25, sieht im Netz anders aus. Die neue Freundin des YouTubers Julian Klassen, 29, teilt seit ein paar Wochen regelmäßig Bilder und Videos von sich im Netz. Die Beauty gibt dabei Schminktipps und gewährt Einblicke in ihre Beziehung mit Julian. Nun präsentierten sie ihr Liebesglück auch erstmals auf einem Event. Daraufhin betonten ihre Fans aber, Tanja sieht im wahren Leben anders aus als auf Social Media. Unter einem Promiflash-Beitrag über Julian und Tanja sind zahlreiche Kommentare über das Aussehen der Influencerin zu finden. Denn in ihren Storys benutzt sie oftmals verzerrende Filter. Ich finde es bei ihr so krass, wie sich Instagram und Real Life unterscheiden. Ich finde sie wirklich auch. Und Like our Video und Share mit deinen Freund und Familie. Danke sehr für die Zuschauen. Danke.